Ciao zusammen, willkommen zu dieser geleiteten Atem-Session. Entspann dich tief, leg ab, sitz ab oder was auch immer du brauchst. Entspann dich. Bist du bereit? Es geht los. Runde Nummer 1. Einschnaufen und ausschnaufen. Einschnaufen und ausschnaufen. Folg dem Fluss von deinem Atem. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. Ein und aus. In den Bauch, in die Brust und loslassen. Wie eine Welle, lass dich Atem kreisen. Und voll einschnaufen und loslassen. Mach einfach weiter. Die Atem ist ein Rad, das dreht und dreht. Ohne Anfang und ohne Ende. Noch zehn, voll einschnaufen und ausschnaufen. Noch zehn, voll einschnaufen und ausschnaufen. Noch zehn, voll einschnaufen und loslassen. Noch fünf, wir geben alles, was wir haben. Und letztes, voll einschnaufen und loslassen. Wunderbar. 30 Sekunden Atem anhalten, ab jetzt. Bis ganz präsent. Vertraue deinem Körper. Er weiss, was er zu tun hat. Nimm deinen Herzschlag wahr und lass ihn noch ein bisschen langsamer werden lassen. Komm ganz in jetzige Momente. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Voll einschnaufen und fünften Sekunden drin halten. In drei, zwei, eins. Auschnaufen und loslassen. Runde Nummer zwei. Einschnaufen und ausschnaufen. Einschnaufen und ausschnaufen. Auschnaufen und loslassen. Und ein und aus. Und ein und aus. Und ein und aus. In den Bauch, in die Brust und loslassen. Wie eine Welle. Lass es kreisen. Und voll einschnaufen. Und loslassen. Mach einfach weiter. Die Atem ist ein Rad, das dreht und dreht. Ohne Anfang und ohne Ende. Und zehn. Einschnaufen und loslassen. Schöne, tiefe, verbundene Atemzüge. Noch fünf. Wir geben alles, was wir haben. Der Letzte. Voll einatmen. Und nach dem Ausatmen. Stopp. Eine Minute Luft anhalten. Ab jetzt. Gespür. Nimm deinen Körper wahr. Wenn deine Hände oder deine Füsse ein wenig kribbeln oder sich die Körpertemperatur verändert, das ist okay. Du machst das super. Falls du anatmen musst, bevor ich das Zeichen gebe, ist das okay. Du hast es fast geschafft. Machst du deinen Atem noch länger anhalten? Dann stopp jetzt das Video und mach weiter, wenn du deinem Atemreiz nachgeben möchtest. Wenn du bereit bist, voll einatmen. und fünf Sekunden drin behalten. In drei, zwei, eins. Ausatmen und loslassen. Runde Nummer drei. Zurück in den Rhythmus. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. Einatmen und ausatmen. In den Bauch. In die Brust. Und loslassen. Wie eine Welle. Lass den Atem kreisen. Voll einatmen und loslassen. Mach einfach weiter. Die Atem ist ein Rad, das dreht und dreht und dreht und dreht. Ohne Anfang und ohne Ende. Noch zehn. Einatmen. Und loslassen. Und loslassen. Schöne, tiefe, verbundene Atemzüge. Noch fünf. Wir geben alles, was wir haben. Und loslassen. Der letzte. Voll einatmen. Und nach dem Ausatmen. Stopp. Eineinhalb Minuten Luft anhalten. Ab jetzt. Nimm wahr, wie das Blut durch deinen Körper fliesst. Wie dein Herz schlägt. Gespür. Nach 30 Sekunden. Du hast es fast geschafft. Möchtest du deinen Atem noch etwas länger anhalten, dann stoppe jetzt das Video und mach weiter, wenn du deinem Atemrätsel nachgehst. Okay, einatmen und 15 Sekunden Luft anhalten. In drei, zwei, eins, ausatmen und loslassen. Während du deine Runde abschliessest, lass deinen Atem wieder normal werden. Bewege wieder deinen Körper, zuerst die Finger und dann die Zehen. Der Atem ist wieder normal. Danke für deine Zeit. Ich wünsche dir eine gute Nacht oder einen guten Tag und ein gutes Leben. Alle Liebe, alle Kraft. Ich wünsche dir eine gute Nacht.